... ... ... ... ... ... Kommen Sie alle vorbei, kommt ihr alle vorbei, wir würden uns freuen! Alles kommt einem guten Zweck zugute! Also, kommen Sie vorbei, kommt ihr vorbei! Am Sonntag um 15 Uhr ins Günter-Volker-Stadion! Es wird gespielt, bis die Fetzen fliegen! Bis die Bälle kaputt geschossen werden! Schauen Sie sich das an! Das ist eine kleine Darbietung unseres Willens, ein richtiges Fußballspiel zu liefern! Und Bocic, immer wieder Bocic, der rechte Läufer der Ungarn. Am Ball, er hat den Ball verloren diesmal, gegen Schäfer, Schäfer nach innen geklangt, Kupfball, abgewährt aus dem Hintergrund, müsste Ranschießen, Ranschießen, Tor, 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 Tor! Das war ein bisschen.